Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Das vermutlich letzte Codierungsvideo zum 203. In dem geht es darum, die Anschneidmeldung im Kombi-Instrument zu deaktivieren. Also das ist ganz legal. Deswegen alles auf eigene Gefahr hin. Sowieso alles auf eigene Gefahr, aber muss euch klar sein. Wir gehen wieder ins Kombi-Instrument über Steuergeräte, Information, Kommunikation, Kombi-Instrument mit Wartungssintervalanzeige. Wieder auf Diagnose nach Werksangabe. So, auch wieder Steuergerät, Anpassung, Varianten-Codierung, Varianten-Codierung. So, und jetzt brauchen wir die Punkte NCRP Gurtwarnung. Das ist der erste. Scheinbar sind die, stimmt habe ich auch schon festgestellt, die Punkte sind nicht unbedingt alle, das ist nicht unbedingt die gleiche Reihenfolge. Also, da wir das jetzt hier schon stehen haben, Gurtwarnung abbrechbar ist bei mir jetzt auch aus. Kann man noch anschalten, dann könnte man die Warnung abbrechen. Muss man aber auch nicht. Jetzt müssen wir weitersuchen. Und zwar Gurtwarnung Display aktiv. Gurtwarnung Display muss natürlich dann ist normalerweise auf Aktiv. Die muss auf Passiv gesetzt werden. Und dann brauchen wir noch die NCRP Gurtwarnung. Kann auch sein, dass wir da schon drüber weggescrollt haben. Nein, da ist sie. Die ist normalerweise natürlich auch auf Aktiv. Die setzen wir einfach auf Passiv. Kann aber auch sein, dass man da nach Konfiguration wählen muss. Und dann muss man nämlich noch das Ganze übers Airbag-Steuergerät machen. Das ist aber eine andere Geschichte. Ich zeige das jetzt eben so, wie es bei meinem Steuergerät ist. Das auf Passiv. Und dann würden wir mit F3 die Codierung bestätigen. Und anschließend über Ansteuerung. Und hier Gesamtliste. Da einmal die ECU Resetten, also das Steuergerät. Und dann wäre diese Codierung übertragen und drin. Also das Resetten müsst ihr zwangsläufig immer machen. Ja, dann sollte die Gurtwarnung aus sein. Es geht einmal kurz, dass die rote Kontrollleuchte im Drehzahlmesser, die geht einmal an, wenn man eine Zündung anmacht. Und dann geht die nach, ich meine, 10 Sekunden geht sie wieder aus. So. Das war's dann mit dem Video. Und ich wünsche euch immer viel Spaß beim Schrauben. Ich wünsche euch immer wieder. Vielen Dank.